Ja, hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde bei Geldverdienen im Internet mit Trading. Ihr wisst WM ist und ich mache meistens in der Halbzeitpause wie jetzt ein Video, wenn ich einen Trade finde. Und zwar habe ich einen Trade gefunden nach unserem Trader Gang E-Book nach einer Formation. Wir sehen hier Schulter, Kopf, Schulter. Bin ich eingegangen, 5 Minuten. Wir sehen hier unsere Schulter, Kopf, Schulter. Die eine Schulter ein bisschen größer, macht aber nichts. Nichtsdestotrotz hier den Trade eingegangen im Schulter, Kopf, Schulter Bereich. Sehen wir hier. Der Trade läuft noch 2 Minuten. Ich habe 5 Minuten drauf gedrückt. Wir sehen, 500 Dollar eingesetzt und im Gewinnfalle, sollte ich den Trade gewinnen, bekomme ich 910 Dollar zurück. Bedeutet 410 Dollar plus sollte ich den gewinnen. Wie schon erwähnt, das ist aus unserem E-Book, was ihr bekommt, wenn ihr in der Trader Gang seid. Kostenlos natürlich. Wo ihr dann üben könnt, die ganzen Formationen. Und das ist jetzt hier zum Beispiel eine, die ich auch sehr gerne trade. Was meine Trader Gang weiß, ist die Schulter, Kopf, Schulter. Also wenn es von unten nach oben kommt, die erste Schulter bildet. Dann den Kopf, muss höher sein als die erste Schulter. Dann die rechte Schulter. Und dann, wenn er hier bei der Nackenlinie ausbricht, nach unten geht man in den Trade rein. Wie gesagt, ist auch erklärt auf Deutsch hier alles, wie wir sehen, Schulter, Kopf, Schulter in unserem E-Book. Das ist nur eine Formation. Das E-Book hat 97 Seiten, also ist wirklich groß. Die letzte Minute bricht an. Mein Trade ist im Moment im Plus. Wie gesagt, 410 Dollar im Plus. Dieses E-Book ist perfekt für Anfänger, wirklich perfekt für Anfänger. Ich sage immer zu meinen Leuten aus der Trader Gang, tut pro Tag eine Formation traden. Also pro Tag sucht euch eine Formation raus. Pro Tag sucht die im Chart. Ihr könnt, wie ich hier bei Quotex, sogar einzeichnen. Können wir mal gucken. Sagen wir mal Trendlinie zum Beispiel. Könnt ihr euch das hier auch direkt wirklich einzeichnen vorher. Was ich jetzt nicht mehr gemacht habe, aber als Anfänger macht ihr das. Da zeichnet ihr das bitte ein. Könnt ihr auch die Linie ein bisschen dicker machen. Seht mal hier so. Und hier habe ich den Ausbruch auch getradet. Ich habe noch 11 Sekunden und schaut mal, wie wunderschön der in den Plus gegangen ist nach unserer Formation hier von unserem E-Book. Und ihr habt wirklich Erfolg damit und wir sehen, balaboom, balabang, 410 Dollar plus, meine Freunde. 410 Dollar plus. Einzeichnen habe ich euch hier gezeigt. Könnt ihr hier auf dem Zeichenwerkzeug hier drüben, sucht ihr euch einfach Trendlinie und könnt die dann auch ganz schnell hier kopieren. Wenn ihr draufklickt, kopieren, so mache ich das immer. Na, hier ist meine erste Schulter. Na, komm schon. Warum willst denn du jetzt nicht? So. Erste Schulter ist hier. Können wir gucken. Na, der hier oben will nicht so ganz. Schulter. Kopieren wir wieder. Dann drücke ich nochmal auf Kopieren. Dann kommt der Kopf. Und jetzt eine bisschen größere Schulter. Macht aber nichts. Desdestotrotz ist trotzdem Schulter, Kopf, Schulter. Und, ja. Na, hier eingezeichnet. Und wir haben gesehen, ich bin genau hier rein. Also wo er hier ausgebrochen ist, unter die Nackenlinie. Können wir mal gucken. Ich zeichne euch es mal so ein noch. Und auch, sobald er unter die Nackenlinie gerutscht ist, hier bin ich in den Trade rein. Hier, flupp, in den Trade. Wir hätten auch hier reingehen können. Und ich bin hier rein. Genau. Wartet mal. Ich mag jetzt hier nicht lügen. Ich bin hier rein. Hier rein. Hier ist er runtergerutscht. Dann hier nochmal nach oben gegangen. Erste Minute. Zweite Minute. Dritte Minute. Vierte Minute. Und hier fünfte Minute. Schön in den Gewinn rein. Also das sind Formationen, Grundformationen, die ihr tradet und eure Gewinne einfahrt. Mit diesen Grundformationen fahrt ihr wirklich eure Gewinne ein. Unsere Trader Gang ist, nachdem wir das live getradet haben, ein paar Formationen, wirklich nach einem Monat Anfänger profitabel geworden. Und wenn man sowas sieht hier, Schulter, Kopf, Schulter, wie gesagt, Halbzeit, jetzt beginnt es schon wieder, Dänemark, Tunesien. Ich habe hier neben mir, habe ich gestern schon in der Trader Gang gepostet, mein Fußballbildschirm auch, sowas könnt ihr in der Halbzeit zum Beispiel traden. Wenn ihr nach Hause kommt vom Job, könnt ihr eine halbe Stunde schauen und das traden. Ihr müsst natürlich nicht 500 einsetzen, aber stellt euch mal vor, ihr hättet hier 100 eingesetzt, da hättet ihr 182 zurückbekommen. 182, also 82 Dollar plus. Das sind Formationen, die die Anfänger sich sofort aus unserem E-Book rausnehmen können. Wie gesagt, was ich immer sage zu unseren Tradern, macht jeden Tag nur eine Formation. Schaut jeden Tag immer nach einer Formation, also nicht mehrere in den Charts. Am nächsten Tag nehmt ihr von dem E-Book eine andere Formation und schaut danach. Und so werdet ihr sofort fit, sofort fit fürs Trading und auch sofort profitabel. Und wenn ihr durch seid mit dem E-Book, fangt wieder von vorne an mit der ersten Formation und sucht nach der ersten Formation. Leute, das ist wirklich Trading lernen. Dieses E-Book, wie gesagt 97 Seiten lang, bekommt ihr kostenlos, wenn ihr in der Trader Gang seid. Wie kommt ihr in die Trader Gang? Ihr seht, ich trade hier bei Quotex und in meinen anderen Videos auch auf Pocket Option. Dazu findet ihr zwei Links in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Wenn ihr da abschließt, also über unseren Link euch registriert, bei Pocket Option oder bei Quotex, so wie ich hier bei Quotex, und mindestens 500 Dollar einzahlt, dann schreibt mir. Schreibt mir auf WhatsApp. Nummer ist auch im ersten Kommentar und in der Beschreibung. Auch im Video eingeblendet. Schreibt mir, hey Kai, ich möchte in die Trader Gang. Hier ist meine Nummer, zum Beispiel, ich brauche eure Broker Nummer. Das ist meine hier von Quotex. Ihr habt eure hier auch stehen. Die schickt ihr mir per WhatsApp. Sagt, hier ist meine Nummer von Quotex zum Beispiel. Ich habe 500 Euro eingezahlt. Bitte lasst mich in die Trader Gang. Die Trader Gang ist die größte Trader Gang in Sachen Option, zum Beispiel auf WhatsApp in Deutschland. Auch die beste, wirklich die beste Trader Gang. Ihr habt da wirklich nur Vorteile, wenn ihr über uns euch registriert. Seid ihr schon registriert, macht es nichts. Ihr habt jetzt hier eine kleine Formation gesehen, die ihr traden könnt. Sucht nach dieser Formation. Wenn ihr in der Trader Gang dabei sein wollt, traden wir auch sowas live, wie gesagt, jeden Tag. Ich war zwar jetzt krank, eineinhalb, zwei Wochen. WM läuft jetzt auch ein bisschen. Aber, ja, wir sind jeden Tag eigentlich fast immer live, wenn alles normal läuft. Und traden das mit unseren Mitgliedern live. E-Book bekommt ihr dann auch kostenlos, wenn ihr in der Trader Gang seid. WhatsApp Gruppe und Live Trading, wie gesagt. Discord Surfer Live Trading. Meine Freunde, ja, das war Schulter, Kopf, Schulter. Ganz einfach hier bei Quotex einzuzeichnen. Noch dazu zu sagen, ich habe das auf 1-Minuten-Kerzen hier. Also ich trade im Chart immer 1-Minuten-Kerzen bei den Brokern. Und der Ablauf ist hier 5 Minuten. Mein Einsatz war 500 Dollar. Und wie wir sehen, hier super in den Gewinn reingelaufen. Sind 410 Dollar plus gewesen. Nur durch diese Formation und durch diese kleine Lerneinheit, die ihr auch haben könnt, wenn ihr das E-Book habt. Wie gesagt, ist auf Deutsch. Sind 97 Seiten, wo ihr, nachdem ihr das durch habt, wirklich traden könnt. Wo ihr automatisch dann im Chart erkennt, wo ihr einsteigen könnt. Und ja, ihr könnt loslegen mit uns in der Trader Gang und auch allein dann. Und ihr seht, es war jetzt 5 Minuten. 410 Dollar mit dieser Formation. Okay, ich gehe jetzt mal wieder zu Dänemark, Tunesien. Ich würde sagen, happy trading, meine Freunde. Gebt mir einen Daumen nach oben. Gebt mir einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ganz wichtig, abonniert mich. Drückt die Glocke, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich wünsche euch noch einen schönen WM-Tag, Fußballtag, so wie ich. Und happy trading, viel Erfolg beim Traden. Bis zum nächsten Video. Bye. Balabum, balabeng, nicht vergessen.